Und zack, 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 nein, das war falsch, dahin und dorthin, passt. Gut, dann wollte ich jetzt, ähm, die kann auch weg, glaube ich, ja, so. Darauf werden wir laufen, damn, warte mal, das wird nicht worken, oder? Kaktus, Moment, das müssen wir dann ein Hör machen, das muss dann ein Hör, okay, Moment. Das will ich haben, das brauche ich, das brauche ich. Den Sand will ich auch, genauso wie den Sand. Und das, das, das. Oh Gott, nein, Sand, nein, ich hab den Sand verloren, Flo. Oh, Maxi. Ja, ja, ich weiß. War nicht so gut. Egal. Zack, 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 zack. Okay. Oh, jetzt Steinmeer, egal. So, das müsste so sein, eigentlich. Weil Kaktus kann ja nicht ein, an irgendeinem Dings dran wachsen, ne? Das ist total, ja. Und Kaktus muss ein Block frei sein. Ja, eben. Ja, mein Fuß, äh, mein, mein Fuß, was? Äh, mein... Finger schläft einem, mein kleiner Finger. Das ist, nee. Das ist kein cooles Gefühl. Zack, zack, äh, zack. So. Langsam, langsam wird das hier unten auch sogar. Das ist cool. Wir haben bald, ne echt, richtige Farm. Okay, vielleicht. Nicht richtig krass über cool, aber, auf jeden Fall toll. Zum Glück bin ich kein YouTuber und nehm das, alles hier gerade auf, weil sonst... Äh, ja. 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 Ich glaube, die ganze Zeit nur Farmen wäre, glaube ich, echt langweilig für deine Leutchen so. Ja. Wenn man, ja, auf jeden Fall... Ich bin wirklich die ganze Zeit nur hier halt links, links, klick gedrückt. Wow. Kannst du mir ein paar Steine geben? Wie viele brauchst du denn? Ein Stack wird reichen, wenn es hochkommt. Ich brauch keine... Drei... Zwei... Danke. Danke. Ich brauch zwar nicht so viel, aber danke. Nett von dir. Nein, ich wollte noch einen Sand mitnehmen. Scheiße. Dein Ernst, Doki. Ja, mein Ernst. Noch mehr Sand. Äh, noch mehr Gras ist gewachsen. Nice. Ich wollte das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. So. Und das mitnehmen. So, mein provisorischer Clickbot aktiviert. Provisorischer Clickbot? Ja, ich hab mir meine Musik, ähm, Bluetooth-Box genommen, die hinter meine Maus gestellt und mit einem Schraubtier, so dass gerade links klick gedrückt wird. Wow. Jetzt schillst du da und guckst dir an, wie dein Charakter farmt. Ich hab jetzt vergessen, den Sand mitzunehmen, dann jetzt. Ja. Das funktioniert, oder? Nice. Das funktioniert, ja. Schön. Okay. Okay, gut. Ich bin hier aber auch hart am Limit, du. So hart an der Grenze zum runterfallen. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, dann hasse ich mich. Das hätte ich vielleicht noch nicht zubauen sollen. Shit. So. Was muss da hin? Nein. Nee. Okay. Oh Gott. Das tut hier nichts. Hart am Limit. Äh. Hilfe, Flo. Wasser ist echt anstrengend. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja. Ja, tu mit deinem Rechts-Click-Bot. Links-Click-Bot. Nur am Farm. Ich hab's ja keine Ahnung, was ich hier durchleiden muss. Was ich hier erleiden muss. Nein, ich komm hier, glaube ich, nicht mehr raus, oder? Nein. Scheiße. Ach, gut, doch. Oh, uh, okay. 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 So. Ich würde mal sagen, ich mach das erst mal so. Kann ich das gleich wieder weg machen. Wenn ich hier jeweils halbwegs fertig bin. Na, ho, hi, ha, ho. Ach, er magst du, was ich dich nochmal fragen wollte. Wann wolltest du nochmal dein 44-Stunden-Spiel machen? Freitag. Mach ich den. Ah, Freitag. Alter, warum lag das denn jetzt so? Hä, ich hab voll die... Hä, ich hab immer noch... Warum? Was? Jetzt hab ich... Okay. Ich hab voll die Frame-Einbrüche gerade zwischendurch. Ja, Freitag. Äh, ich dachte mir so... Heute ist ein bisschen kacke. Ich hab nichts, äh... Vorproduziert wirklich. Nicht genug. Wir haben... Wir sind erst spät schlafen gegangen. Eben. Ich war sogar erst um sieben oder halb acht war ich Pinn. Dito. Ich hab noch... Alter, kannst du mal aufhören, jetzt zu lag? Ich glaube, das kommt dann von dem ganzen Wasser da unten. Shit. Ich hab grad... Ah, Maxi? Voll die Frame-Einbrüche, hä? Tja. Aber wie wir... Mich jetzt vorher in Silberge carried haben gestern, ey, oah. Oder heute. Ja, war geil. Auf jeden Fall. Zack. Okay, gut. Das hätten wir schon mal. Äh, ich wollte, glaube ich, dann hier anfangen. Ich brauch ne Hole. Ne dicke Hole. Ich hab... Ich hab... Ähm... Ja, ich mach mir auch gleich eine. Zack. 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 Okay. Langsam. Also, es nimmt Gestalt an, Flo. Ja. Das nimmt's... Also, auch hier unten. Ich hab's sogar perfekt gebaut. Schön. Das ist schön. Das ist ja schön. Also, perfekt von der Länge her. Ohne, dass ich überhaupt wusste, wie weit ich bauen will. Zack, 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 zack. Ich muss gleich noch das Wasser komplett auffüllen und dann kann ich anfangen, denn einen Weizen-Seed zu planten. Ein Weizen-Seed. Oh mein Gott. Ich bin so begeistert. Dann müssen wir die Melonen-Farmen. Ich glaub, ja, die Melonen-Farmen und so müssen wir auf jeden Fall auch noch woanders hin verfrachten. Das könnte ich eigentlich auch hier unten, äh, hier hinten bauen. Max, ich bin einfach mal einmal um diesen Comcast-Down-Generator rumgelaufen. Rast mal, wie viele Steine ich gerade bekommen habe dadurch. Locker ins Deck. Ja. Alter. Ich bin nur noch 30 bis 30 von 7. Alter. Alter. Ich mein, warte. Alter. What? Läuft. Aber irgendwie so. Glaub ich. Ich hätte vielleicht erst das hier bauen sollen. Oh Gott. Okay. Wieder hart am Limit. He. So. Hier hast du die Seeds angebaut. Hab ich einen, ja, da hab ich einen Stein runter. Okay. Zack. Ah, Max, Max, ich sehe dich. Nein. Einfach nein. So. Ähm. Kommt hier ein komplettes Mellonfeld hin. Wie sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben, acht. Scheiße, ich hab nur 7 Seeds. Egal. 3, 4, 5, 7. Nein. Zack. Zack, zack. Ach, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier hin packen könnte. Hier kommt auf jeden Fall nochmal komplett Wasser durch. Hm. Ich sollte das vielleicht nicht. Shit. Shit. Ich sollte das vielleicht nicht ganz da dran machen. Muss ja einer frei bleiben. Verdammt. Das muss weg. So. Hier, drei. Eins, zwei, drei. Dahin. So. Weg. Weg. So muss das. Genau. Dann kann ich hier, glaube ich, sogar wirklich das bauen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich hab keine Kobbels mehr. Was? Warum? Wie kann ich das? Was? Ich kann nicht mehr. Also ich hab heute fast vier Stecks da oben verbaut. Hast du noch Kobbel? Ich hab jetzt wieder. Oh man. Oh mein Gott, Melonen sind fertig. Hast du hier Kürbis Seeds? Was hier ist Kürbis und was ist Melonen? Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Kürbis ist hier. Nice. Dann kann ich die drei einfach mal in... Okay. Zwei in Kürbis Seeds verwandeln. Melonenkerne. Mal wieder runterrennen. Einen brauche ich noch. Zack. Kann hier schon mal Wasser rein. Das kann ich schon mal anfangen zu... Wo sind meine Melonen Seeds hin? Äh, meine Kürbis Seeds. Hab ich die... Etwa... Hier reingepackt? Ja, oh, ich wollte gerade sagen. Oh, hatte ich Angst. Oh, hatte ich Angst. Mein kleiner Finger schläft ein. Es ist nicht cool. Es ist... Ah, ist das eklig. So. Nice. So, ähm... Dann... Ich mach das schon mal so. Zack. Okay. Okay. Das Feld ist bald fertig. Ich wollte gerade außen rum... Bin ich gerade schon. Hab ich auch gemerkt. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte... ähm... Das haben. Und... Ich wollte Melonen essen. Ja, was mach ich denn? Ich wollte hoch. Und zack. Nice. Weizen Seed. Schön. So. Wünsch mir Glück, Flo. Viel Pech. Das ist auch für dich gut, wenn du mir Glück wünschst. Ich hab drei Weizen Seed jetzt. Drei ist okay. Für den Anfang. Oh, wir haben bald Brot, Flo. Wir haben bald Brot. Wir haben bald Brot. Oh, schön. Oh, gut. Ich hab das schon mal fertig gebaut. Nice. Ein weiter muss es sogar noch. Zack. Zack. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann. Zack. Nein. Damn. Dahin. Nein. Dahin. Ich bin gleich komplett fertig, Flo. Ich brauch gleich noch ein paar Cobblestones, die ich mir bei dir schnauere. Und dann muss ich noch, ja, ein bisschen Wasser planten. Dann bin ich fertig. Ah, schöne Sache auf jeden Fall. Schöne, schöne Sache. Egal. Zack. Da kommt noch Wasser hin. Überall noch Wasser hin. Okay. Zack. 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 Flo, ich komm zu dir und brauch ein paar Cobblestones. Bitte schön. So, bitte. Wir, wir auf jeden Fall. Ziemlich cool. Lauf mal erstmal mal rum. Dann siehst du wie viel. Ja, bin dabei. Da waren nur 18. 18 könnten sogar reichen, oder? Hey, Zombie-Villager? Okay. Magst du, warum guckst du nicht einfach mal hier in die Truhe rein? Welche Truhe? Wir haben doch noch eine Truhe. Oh. Ähm. Ach ja. Ähm. Nö, wollte ich nicht. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass du sowas reingelegt hast. Hab ich aber. Okay, das weiß ich jetzt auch. Zack, zack, zack. Okay. Dann hol ich mir jetzt halt den Cobblestone aus der Truhe. Ah, das ist schön. So viel, so viel Cobblestone ist schön. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Ob ich einfach grad Angst hab, dass wieder irgendwas mit der Aufnahme nachher nicht stimmt. Zack, zack. Ach, ja, nice. Ich brauch jetzt nur noch, ich muss jetzt nur noch die Felder. Äh, nicht die Felder. Ja doch, wir müssen noch die Felder anpflanzen. Und ich muss jetzt noch Holz hier verteilen. Ah. Schön. Ja, und ich muss halt auch den Zaun bauen, shit. Das kommt ja auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Das kommt ja auch noch. Okay. Vielen Dank.